ja ja was denn ananas der musik ist schon wieder zu ende oder was keine ahnung nein und no copyright musik ist mir scheißegal ich bin hungry ich bin hulk denn ich bin hungry wird schon wieder dunkel ich weiß so wo man will ich bin so ein cheater ich bin so ein cheater mit den portalen das bist du echt das ist ein bisschen laufen dann siehst du es schon das ist einfach mal für ein schwein hat ich hoffe ich dann in die andere richtung baue das könnte man eigentlich meinen so alle faire himmelsrichtung machen kuchen eigentlich ganz schön so meine freunde die villager hallo was geht ab hallo ich bin ein kleiner freund da sind ja beide sein hallo renn nicht weg was bist du da auf ecstasy tauschen hier ich habe noch welche ist der grapefruit baum hier ich habe gender für dich die perr auf rumzumachen cashier baum hole ich ich hole ein grapefruit baum jetzt kommt der nächste gierige rein was geht ab bei dir hatte von dem ich auch was ein baum haben so was willst du haben du willst jetzt auch ginger haben und was willst du und du willst sweet potatoes haben alles klar kommt gleich wieder jungs und die ginger habe ich nicht mehr abgehendet wo war jetzt das hellen portal da ich hab noch 16 erb bekommt mal wieder her mein freund ja 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 genau du genau wie er doch wenn ich nicht kaputt genannte kaktus die weg böser kaktus hier könnte ich im zaun drum ziehen aber mache ich das mit dem zaun zaun oder mache ich vielleicht hat wieder einen gewaltigen schaden macht man so einen schönen weg hin zum portal macht er aus dem portalhaus hin ich habe einen knall ich habe einen knall ich komme wieder als baufieber ich bin ein baumensch mit was kann ich kann ich mit diesen kompost zeug von den komposten pflanzen wachsen lassen ja alles klar ich brauche ginger ich muss ginger haben und ich muss essen erstellen warte mal wenn ich mich funktioniert es funktioniert das gleiche buch auch in der hölle ja ja ich hab gerade richtig gemacht warum ist da jetzt ein wiser skelett weil es auf dich steht 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 warum gibst du keinen skeletten kopf und anfängst du man immer so richtig blä 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 er zeigt doch wenigstens ordentlich die portale an das ist schon mal ganz gut warte mal ich bin auch ja gut weiß warum ich hätte auch sehen können dass ich in die richtung zu dem bildschirm bauen ist die gleiche richtung wie die beiden portale sind aber das ist genau da verspawnd ich bin ja ich bin echt geil ein geiler cheater nein ich bin nix cheater du cheater vielleicht ist es eine oba cheater leute ne doch nein nein ouch klar willst du noch waschen nein doch nein nein mach mir traurig doch nein doch traurig traurig vorher trof não na 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 das merkwürdig aus dieses klar oder komm mal her was denn wo bist du denn hier hinten unter der hütte bei den ganzen kisten du meinst das mit dem weißen mit dem holz sieht echt ein bisschen komisch das sieht echt ein bisschen komisch aus besonders das da oben ist das auch ein bisschen komisch das sieht echt ein bisschen komisch aus generell sieht das hier von merkwürdig kann ja sieht es ja auch sieht echt ein bisschen also ich weiß ja nicht ne berechtig ich fall hat ja noch eine farbe oder aber das er sieht echt ein bisschen komisch aus weil du hast ja noch diese ecke offen passen ich würd's erst mal ans haus anlegen das sowieso bis hier dran muss denn diese kantier machen hier noch sind die extra symmetrisch dafür bauen deine haus mit dem eingang ist so so symmetrisch das weiß ich hätten wir jetzt schon mal das lager hätten bestimmt mehr ginger wir haben es noch nicht ja wenn ich jetzt die kisten so durch vieles andere mögliche mehr aber so ja da war ja das ist das ist eine komische falle das war die fischte dann habe ich jetzt mal in solche dinge das war das super essen so zwei stecks ginger und was wollte der eine noch haben soll ich vergessen du vergisst immer alles was wollte der haben weiß er nicht ja du weißt das auch nicht ne woher soll ich das denn wissen ich höre dir aber ah sweet potatoes auf der anderen seite vom feld ich muss zwar eben hier ich kann bestimmt auch ne zuchtmaschine bauen mit dispensern du bist so gestört ey ich sag mal du hast gerade mal hier kann dann du willst ja die frucht haben das aber nur eine davon sind denn sweet potatoes bohnen blackberries chili beans sag nicht dass wir keine sweet potatoes auf der seite haben eigentlich schon hier sind erdnüsse bete industriell haben davon auf jeden fall nicht aber die soja und die hier sind die sweet potatoes hier so du willst jetzt keine ahnung anpflanzen problem ist heute brauchst du halt dann da viele von dann sammelst du ein ich hab gar keine eingesammelt das ist ja gut weil die immer gegen die wand geflogen sind ja ab wieder in die hölle meine freunde besuchen hölle 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 ich hab jetzt schon acht smaragdor im überfluss ja ja ich will noch ein bisschen bone meal damit ich eventuell habe ich noch mehr ging das haben kann weiter dealer spinn ein drogen dealer bohnen baron spinn ein drogen baron kann mein kleines bäuerchen durch ein bäuerchen kann er wie auch nicht nee konnte ich mich noch nie oooooh okay aber meinen nacken tut mir weh ich hab nackenschmerzen verspannter nacken ich kann ihn nach rechts drehen und nicht nach oben gucken das ist echt nicht geil du hast n spastischen nacken ne spastinacken hab ich spastinacken hab ich du bist n spastinacken ja ey hab ich hier grad n pikman gehört hau doch ab ja hab ich gehört geh weg komm wieder wir gehen weiter zusammen ins portal geh wieder rein komm geh wieder rein komm fuck was mach ich denn da ach pikman was ist denn falsch mit dir alles was glaub ich mit dir mit dir ist auch immer alles falsch vielleicht ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich bin kacki Fleisch ich bin nicht kacki Fleisch aber Fleisch hat irgendwie Hunger Tentos hat auch irgendwie ein bisschen Hunger das ist ich hab ja auch noch nichts gefrühstückt gehabt ich hätte ja gotts sagen gefrühstückt noch weil ich Hunger hatte du hattest Hunger hm ich hab immer Hunger ah nicht schießen geh weg ah nicht schießen das ist doch affig das bist du wirklich Richtig affig. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Meine kleinen Dealer, ich komme. Daraus kann ich rennen, durch dieses geile Essen. Ja. Das Beef Wedding. Koste kaum noch Fleisch. wie teig und zwei gemüsesorten und alles voll komplette leistung wer von euch freuen will mit dealern was war mit dir eigentlich hier wenn du kriegst einen dafür kriegt zwei großen vielleicht öffnet sich was neues für mich kommen wir freunde ja wir sind freunde was ist das denn hier vier wetstone kannst du nicht was besseres deal man kann man nicht komm hast du noch was drittes gold ist eine diamant chest plate plus zwei immerwärts gibt pfeil protection 3 pfeil protection 3 scheiße das mein sweet potato freund was gab chili peppers ok mit ihren onions ok bring ich auch noch mit und ballet ok wo ist denn jetzt mein mein kinder typ da ist er irgendwo irgendwo hat sie vor dir versteckt komm freudig so du brauchst jetzt noch eggplants dann gibt es auch noch was also ich brauche das muss ich mir ausschreiben sonst vergesse ich das alles ich brauche eggplants also uberginen uberginen ja äh äh